Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Und ja heute mal wieder Solo unterwegs, denn meine Kinnis haben keine Zeit. Das wird so schwer mit den aufzunehmen, weil man die einfach nicht hört, wenn sie hier im Wohnzimmer an der PS4 sitzen. Da muss ich mal sehen, wie man das regelt. Und Darko ist auf Klassenfahrt. Und genau, wenn ihr das Video seht, ist er natürlich schon wieder links zurück. So, wollen wir mal gucken, wie die Runde Solo hier abläuft. Und ja, lasst uns überraschen. Darauf erstmal ein Schluck Kaffee, denn wir haben es erst 96 in der Früh. Jeden, den das stört, dass ich einen Kaffee nebenbei trinke. Tschüssi Kowski, geht woanders hin. Die, die es nicht stört, willkommen auf meinem Kanal. Und ja, genau. Na dann, mach mal Spielersuche. Jetzt. Und man sieht es, ich habe Level 116 erreicht und wir sind gerade mal bei Woche 3. Schade, ich wollte gerade nachgucken. Woche 2, 3. Keine Ahnung, ich glaube, Woche 3 ist es dank der coolen Maps, die ich spiele. Da wird es natürlich noch viel mehr auf meinem YouTube-Kanal geben, wo man ein gratis XP bekommt für den Season Pass. Ähm, ja. Oder mal so die ein oder andere XP-Map-Clitch. Und ja. Lassen wir uns mal überraschen. Und Evo, Tor. Los Evo, mach noch ein Tor. Nein. Aber jetzt. Yeah. So, wo landet denn der Dulli? Die Aufgabe haben wir ja schon abgeschlossen. Brauchen wir gar nicht mehr im Schneegebiet. Okay. Wo landet man denn? Wo landet man denn? Ich würde sagen, irgendwo hier drüben. Irgendwo. Irgendwo. Nirgendwo. Aufgaben habe ich ja keine mehr zu erledigen. Von daher kann man ganz gechillt auch Vorsicht spielen. Oh, sonst keiner. Okay. Okay. Oh, DMR. Mal gucken. Die kommt raus. Die kommt da hin. Das da hin. Und wir suffeln erstmal eine Runde. ja und erst mal ein paar xp ist schön ok also alles schon mal grün fängt richtig nice an fängt doch alles schon mal super an ok da hinten wird ganz komisch geschossen nicht wundern wenn ich immer ein bisschen leise bin ich konzentriere mich da nur ich muss in diese richtung ich muss ein ganzes stück ich habe mir nicht meine aufgabe ausgesucht nein ich hatte ja sowas wunderschönes eigentlich mit dings das hier die marie sonst immer und nochmal doch richtig gehört Ja, ich weiß, es könnte alles besser sein als grün. Aber ich bin auch mit grünen Sachen tatsächlich zufrieden. Auch mit denen kann man den ein oder anderen Kills gönnen. Ja, ich weiß, es könnte alles besser sein als grünen, aber es könnte alles besser sein als grünen. da warst du wohl weg vom fenster naja da warst du mit x Oh ja, Zone kommt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Lang. Lang. Komm Da oben war einer. Ich muss schon wieder ein ganzes Stück machen. Ach du Scheiße. Ich muss schon wieder ein ganzes Stück machen. Ich nehme eine schöne Waffe. Das war's. Da hat man einfach mal den Weg abgeschnitten, dem Bus. Das ist oh mein Geil. Da haben wir dem Bus einfach mal den Weg abgeschnitten. Nein! Ach komm, mit der fucking Niederimpie. Aber 22 ist da immerhin. Aber was hat der Spitte schön gemacht? Der stand die ganze Zeit da und hat hochgeguckt und ist gesprungen. Ach, naja, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Einmal zurück zur Lobby. Kurze, aber knappe, feine Runde. Ja, wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Bis zum nächsten Mal.